Hi, ich bin Frederik Grosser und 21 Jahre alt. Aktuell bin ich Vollzeitstudent an der Arcadis-Ruhschule im Studiengang Digital Business Management und befinde mich bereits schon im zweiten Studienjahr. Wir befinden uns hier an meinen Lieblingsplätzen der Arcadis, dem wunderschönen Starbucks-Automaten, der einen selbst durch die schwerste Hausarbeit bringt. Warum studiere ich Vollzeit an der Arcadis? Ich wertschätze Flexibilität und dies bekommt man im Vollzeitstudiengang an der Arcadis auch geboten. Nebenbei habe ich auch noch die Möglichkeit, als Werkstudent bei einem Softwareentwickler in Hofheim zu arbeiten. Außerdem hat man im Vollzeitstudiengang auch die Möglichkeit, an verschiedenen Wahlmodulen teilzunehmen, welche oft sehr spannende Inhalte haben. Mein persönlicher Favorite bis jetzt war das Wahlmodul Agilio Softwareentwicklung, welches ich im vierten Trimester hatte und auch gut zu meinem Studiengang Digital Business Management passt. Und warum studiere ich Digital Business Management? Ich bin ein sehr technikaffiner Mensch und wollte diese Leidenschaft mit einem betriebswirtschaftlichen Studiengang verbinden. Es kam mir einfach etwas zeitgemäßer vor, mich mit Modulen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel digitale Strategien und Geschäftsmodelle oder auch Cybersecurity. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Mein persönliches Studienhighlight bis jetzt war das Consulting-Projekt, welches wir in Kooperation mit Unioninvestment abgehalten haben. Ich hatte sogar die Möglichkeit, als Projektleiter dies mitzuführen. Unser Motto während des Consulting-Projekts war, mit Blutschweiß und Tränen bekommt man alles hin. Es war eine sehr intensive Zeit, in der wir sehr viel arbeiten mussten. Aber wir haben im Endeffekt sehr viel positives Feedback erhalten, viele tolle Erfahrungen gemacht, die man mitnehmen wird und viele neue Connections geknüpft, die später noch sehr wichtig sein könnten bei Berufseinstieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017